Rauchen. Rauchen hilft. Rauchen? Nee. Rauchen gefährdet doch die Gesundheit. Hab ich Lungenkrebs? Du stehst am Strand. Und schmeckst den salzigen Geruch, das findest du aus dem Meer kommt. Im Bauch. Das warme Gefühl grenzenloser Freiheit und auf deinen Lippen. Den bitteren, drin durchtrinkenden Kuss deiner Geliebten. Ich war noch nie am Meer. Das ist doch erst nicht wahr. Du warst noch niemals einmal am Meer. Noch niemals einmal. Da klopfen wir beide an die Himmelstür, saufen uns ein Dickier, weil ich meine, wir sind ab Nippel-Experten und du warst noch niemals einmal am Meer. Ja, doch niemals einmal. Weißt du nicht, wie es ist, wenn du in den Himmel kommst? Im Himmel drinnen dir beide nichts anderes als du bist mehr. Wie wunderschön, wie wunderschön es ist. Sie reden über den Sonnenbegang, den sie gesehen haben. Sie reden über den Sonnenbegang, wie die Sonne blutrot wurde, bevor sie ins Meer eintauchte. Zudem darüber, wie sie Kraft verlor und die Türe vom Meer heraufzog und es vorher nur noch innen blühte. Und du? Du kannst nicht mitreden, weil du ja noch nie da gewesen bist. Du bist ein abgefuckter Outsider da oben. Und da kann man nichts machen?